es und es kommt zu einer neuen Mod Vorstellung ich zeige euch heute den Mercedes Antos hier ist er von Danz wurde aber komplett umgebaut und das wollen wir uns heute mal anschauen da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten hier erstmal so solche Varianten die anbauparts schauen uns gleich an wir nehmen natürlich 625 PS denn soll hier natürlich schwerlast sein deshalb da gucken wir doch jetzt gleich mal hier was alles dabei ist die standardfarben hier die wir alle so kennen von Danz damals seinen Mod aber jetzt schauen wir schnell was hier so mit dabei ist also erst mal das lassen wir mal weg so hier diese body bodywork sieht dann so aus hier dann das hier dann diesen Aufbau und sogar eine Hook-Lift Variate guck mal an hier die gibt es ja auch noch die tun wir aber noch mal weg ich habe noch gemeint hier gibt es noch eine andere Variante ach hier vier drei zwei also ganz schön viel Kunststoff gut das muss man dann weglassen ist dann nur die hier ist das machen wir also weg was haben wir hier noch alles will schauen hier so ein Rack Kran oben drauf was haben wir hier noch schwerlast das ist der von Metzter gehe ich mal davon aus die sieht dann so aus die passen dann natürlich hier nicht hin dann die anderen ganzen Anbau Parts hier wie hier zu sehen jetzt muss ich doch glatt mal gucken ach da habt ihr vorne da muss man das muss man alles ein bisschen richtig zusammen friemeln hier das auch die passenden trailer dazu passen das heißt die platte bleibt dann nehmen wir das mal weg hier was waren das jetzt hier diese moment kran noch mal weg gut ich habe jetzt hier keine ich habe zwar Slots hier aber keine passenden dinge dafür ein kran lassen wir weg macht keinen sinn dann nehmen wir einfach das normale rack customer dann ist gut genau dann gibt es hier noch der Rest glaube ich müsste bekannt sein ich lasse das jetzt hier mal so stehen und der Rest hier oben wie schon gesagt müsste bekannt sein von den ganzen Anbau Parts hier da gibt es hier noch die LEDs mal gucken ja wohl leuchtet und wunkelt so muss das sein dann hier und die Slots hat man hier noch oder Bügel auch mit Slots und du möchtest nach wie vor da gut kann man hier sich da noch ein bisschen was drauf pflastern auch noch ein paar Michelin Dinger drauf dann sieht es alles sehr schön aus yellow paint da brauche ich aber jetzt hier die amber leuchten die leuchten natürlich mit das kann man gut gebrauchen und dann hinten ein paar drücken drauf jack jack und dann sieht es ganz gut aus so hier natürlich noch vorne ein paar Anbau Parts Schilder und hast nicht gesehen alles mit dabei was man sich so vorstellen kann auch lackiert heavy duty dann auch hier noch ein paar kühle Grill Varianten dann hier auch lackiert lackiert dann haben wir hier der Schutz den lasse ich jetzt mal weg hier gibt es noch so Ringe dazu finde ich ganz witzig hier gibt es dann auch noch so eine separate Mystic Schutz Bügel Variante dann gibt es hier noch was der sieht ganz gut aus was haben wir hier noch es gibt hier also paar Varianten die auch von XPS hier übernommen worden sind das sieht natürlich jetzt hier von Schwerlast passt das auch und sieht auch natürlich gut aus das muss man schon mal nahtlos anerkennen also ist schon mal nicht schlecht da könnt ihr natürlich noch ein paar Lampen anbauen hier auch noch da lasse ich jetzt einfach mal so hier so grob im Raum stehen sowas um hier noch alles lackiert original und dann sieht es soweit wie ganz gut aus so gehen wir hier kurz rein Kabinen DLC klar das funktioniert brauche ich auch gleich nicht erwähnen hier ne hier ein bisschen Klippel rein bisschen was hinhängen gibt dann auch noch die Slots aber ich glaube das brauchen wir nicht noch mehr durch kann das ist immer im Prinzip immer dass selber hier so Tasche dann reicht es eigentlich schon Navi haben wir da brauchen wir nicht Applaus Glas nehmen wir mal mit und dann sieht es soweit ganz gut aus Reifen würde ich jetzt mal vorschlagen nehmen wir natürlich größere die ein bisschen höher sind und die passende Felge dazu auch hier weil die gefällt mir nämlich nicht so aber das könnt ihr dann selber entscheiden die Reifen sind natürlich dabei außer die von 50k die müsst ihr euch selber runterladen Link dazu in der Beschreibung ansonsten ja und wie schon gesagt hier habt ihr dann die ganzen aufbauten wenn ihr jetzt hier das jetzt nimmt jetzt nochmal hier zu diesen Bodywork das sieht dann halt so aus das ist ja so just for fun würde ich jetzt mal schwer sagen weil ich sehe hier natürlich keine Möglichkeit hinten was dran zu hängen aber die Hooklift Variante auch nicht da habe ich jetzt hier keine separate Anhängerkupplung deshalb ja lassen wir das mal weg und aber ansonsten sieht es ja ganz witzig aus was man so für Möglichkeiten hier vorne hat starten wir mal den Diesel hier schauen wir uns das nochmal an hier natürlich mit Lenkachse die zweite lenkt mit ich habe mich jetzt einfach mal für diese Aufbau Variante hier entschieden aber das dürfte natürlich selber entscheiden ich will mir jetzt dann gleich noch was passende Trailer dazu dann glaube ich sieht das ganz cool aus kurzer Lichttest Sandlicht Abländlicht Fernlicht klar rotum leuchten leuchten und funkeln muss es auch hier unten sehr schön Rücklicht was ich ein bisschen schade finde ist wir haben hier bei diesem Tower haben wir hier auch so leuchten so strahler verbaut aber die funktionieren leider nicht ich bin doof aber ansonsten passt würde ich mal sagen passt würde ich mal sagen so wir sind jetzt in Linz in Österreich und da kommen wir auch so schwerlos zeig von da haben wir jetzt so einen späten Trailer geholt und den haben wir jetzt hinten an den Antus hinten ohne geschneit genau und da kann man auch mit diesem wie schon gesagt mit diesem Antus hier so Schwerlast Sachen fahren sieht dann auch ganz witzig aus und funktioniert auch so bei diesem Rack vorne habt ihr dann hier die Trailer Kabel dran das sieht ganz witzig aus und finde ich doch gar nicht mal so übel auf alle Fälle besser wie denn der Autor hat nämlich schon ein paar andere Trailer rausgebracht die ein bisschen zu lang sind und das sind die originalen von SDS mit diesen Begleitfahrzeugen einfach besser da muss man einfach nahtlos zu geben weil mit dem kommt man wenigstens um die Kurve da kann man schöne Touren fahren und da macht dieser Antus macht sich natürlich nicht schlecht genau mit diesen Aufbauten hinten muss man schauen weil ja keine separate Anhängerkupplung ist ein bisschen fraglich deshalb kann ich euch nur empfehlen nutzt diese hier die ich jetzt nutze dann kann man hier schön Schwerlast fahren habt ihr noch Fragen dazu dann einfach kommentieren ansonsten lasst ein Däumeling da Abo für den Kanal nicht vergessen und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Mercedes Anthos 10x6 und in diesem Sinn allzu gute Fahrt machts gut bis bald und ciao